Werden wir wieder Leute sind immer noch mit dabei hier um großartig aufzubauen also das Sortiersystem zu bauen ich wäre dafür dass ich den Next Factor hier hin bekomme so die Leitungen verlegen die brauchen ja auch noch alle Strom das ist das was ich hier jetzt gerade noch mal mit berücksichtigen sich berücksichtigen möchte Gott so kann die Leitungen von hier ich liebe die Steckpack genau dann zapp ich die einfach von hier an fließt dann hier lang so und dann hier weiter und hier hätte ich dann gerne den Next Factor drin hier kommt nämlich hier eine elektrische Leitung dran hier eine und hier sowieso schon dran okay so den Next Factor dann muss ich wieder mit denen hier arbeiten wird natürlich nur reingepumpt wenn er leer ist ist die Frage was ist mit mehrwerten Kabel oder so eine Tube ich guck mal kurz wie toll die Tube ist jetzt ich glaube wenn er die die hier ist alles die her hier hin dann kann ich es hier rausziehen falsche röhren dran platzieren und dann hier einfügen lassen so wie gesagt da muss jetzt mal so ein transposer hin hier kommt ein timer hin so mache ich mir mal schnell den transposer nicht ganz genau andersrum genau andersrum und zwar so der transposer guckt mich an so kommt der nur rein wenn es leer ist dann kann er von mir aus eigentlich auch schon hier raus und da reinpumpen hier kommt die redstone engine hin momentan habe drei plätze zu viel drei oder vier also so von wegen items die wir brauchen feld mir nur mal so auf so wie oft ich mir hier so ein dings kräfte so ein pisten die habe ich noch nie in meinem minecraft leben so oft gekräftet so hat man die redstone engine da hätten wir auch den schäbel dazu den schäbel ähm redstone engine so tja dann brauchen wir jetzt nur noch die timer und die geräte und den strom äh dafür brauchen wir sehr viel davon glasfibre so dann müssen wir halt die ganzen geräte hier auch noch runterschaffen auf dauer kompressor fehlt noch ich glaube der kompressor ist eine maschine die ich dann lieber mit der hand bediene oder wir können ja mal kurz ich habe jetzt kein das mehr ich warte bis die query und mission fertig ist dann müsste ich die pipes nämlich noch einrichten so ich komme dann also hier rein gehe dann hier hin mach hier richtig drauf werfe hier den ganzen müll rein und kann dann gucken was ich mache dann kann ich nämlich hier verzaubern könnte ich hier in den keller hier könnte ich das verzaubern nochmal machen hier könnte ich dann bienen fahren hier hätten wir meinen magischen ofen den ich auch noch irgendwie anschließen möchte auf dauer mit dem point mit der tube die dann hier oben einfach rein führt also endet das es wird dunkel das ist blöd da sollten wir lieber schlafen ich bin ja mal gespannt ob das wirklich so klappt wie ich es will wie gesagt wir müssen die diamantenpipes noch einrichten dafür brauchen wir aber die Ärzte und die timer brauchen wir auch noch also hier diese hier müssen wir noch einrichten wir muss doch wissen was wo lang muss wir lassen den gelben offen den gelben lassen wir komplett offen dann machen wir das hier oben auch so dass wir hier oben auch noch einen offen lassen der gelbe führt ja also der führt ja hier hin dann werden wir hier nämlich noch den grünen offen lassen und den weißen einrichten das heißt alle items die nicht zu den anderen sachen dazugehören werden in den untersten tresor gepumpt hier den hier ja das momentan der wabasche ist drin so und dann kann ich halt gucken so von wegen oh moment mal die sind auch nicht die habe ich noch nicht definiert wo sie hingehören und so weiter und so fort da kann ich dann direkt gegenmaßnahmen einleiten ne du bist echt so langsam da muss ich auch mal die eine bessere variante davon machen so ok da sehe ich mich ein offen so als sicherheitslücke dass da auch alles schön richtig transportiert wird ich kann ja mal kurz die query besuchen so moment mal gold gold eisen lied gold eisen lied silber cinnabar und dieses ohr so silber eisen cinnabar lied eisen lied silber ferus brauche ich noch silber 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 ich nehme aus jedem zwei mit am besten außer von die die ich weiß also davon am besten noch ein lied zur sicherheit noch mal ein und von dem noch mal ein mit Lied sagt sie noch mal ein von die noch mal ein von die noch mal ein hier noch mal ein genau so was hat das für einen sinn dass ich jetzt die teile mitnehme ihr hört schon selbst der krankenwagen kommt schon weil ich so verrückt bin das war sogar der krankenwagen oder war das vollwehr ich glaube das war sogar vollwehr ähm so ich werde jetzt mal kurz das mit dem inventar ein kleines bisschen ordnern so so sollte jetzt mal reichen ähm und zwar habe ich jetzt vor diese ärzte einmal zu testen ob die in die mese weiter oder in den ofen rein können so mese weiter geht nichts lied ohr mese weiter geht auch nicht sinba ohr auch nicht gut feroz ohr auch nicht also die können alle nicht in die mese weiter rein gut kannst du geschmolzen werden das dachte ich mir nämlich schon weil tanz dann kann ich geschmolzen werden ich glaube der rest geht bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher Lied ohr Lied ohr geht sinba sinba geht feroz feroz geht ok was ich mit dem ohr mache weiß ich noch nicht aber na lass mich so und zwar ist das ja der weg hier der grüneste direkte weg zum ofen das heißt Lied ohr sinba und ferus die sollen direkt zum ofen fließen so und silber iron und gold sollen erst in den mese waiter rein so gehen dann erst in den mese waiter werden dann weitergeleitet ok was ich jetzt mit diesem tungsten ohr mache weiß ich nicht weil ich nicht weiß wofür der gut ist tungsten ohr moment feed the beast tungsten ohr feed the beast tungsten ohr tungsten ohr tungsten ohr is added to world generation by red power 2 in conjunction with black tech moment leute und 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 ich